Ja, herzlich willkommen beim zweiten Abend der diesjährigen Reihe der Marxistischen Abendschule der Partei der Arbeit Österreichs. Wir haben das letzte Mal begonnen mit dem Thema oder mit der Fragestellung, was ist eine kommunistische Partei und was nicht. Heute gehen wir weiter mit dem Thema, was ist Imperialismus. So lautet also die Frage und ich zögere sie aus dramaturgischen Gründen ein bisschen hinaus, indem ich mal festhalte, was Imperialismus nicht ist. Aus marxistisch-ledenistischer Sicht verstehen wir unter dem Begriff Imperialismus nicht das, was im landläufigen Sinn der Falle ist oder im vulgären Sinn, nämlich eine besonders aggressive Außenpolitik, Eroberungspolitik, Kolonialismus, Neokolonialismus oder eine militärische Herrschaftsstrategie. Das also nicht. Unser Imperialismusbegriff ist jener von Wladimir Ingrid Schlenin, den dieser während des Ersten Weltkrieges in seinem zentralen Werk der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus entwickelt und zu einer systematischen Theorie über das Wesen des gegenwärtigen Kapitalismus ausgebaut hat. Da schlägt schon ein bisschen eine Antwort drin in dem Titel des Werkes. Nimmens Imperialismus-Theorie, das sei auch noch vorab gesagt, ist ein wesentlicher Bestandteil des Marxismus-Leninismus insgesamt. Natürlich ist in den vergangenen 100, bald 110 Jahren seit der Erstveröffentlichung des genannten Buches im Sommer 1917 vieles geschehen, was inzwischen Niederschlag in unseren Anschauungen gefunden hat. Zum Beispiel darf man die marxistisch-leninistische Faschismus-Theorie, die maßgeblich auf George Dibetroff, aber auch Manuilski, Toljati und Pieck zurückgeht, als erweiterten Bestandteil betrachten. Oder umgekehrt gesehen, ohne Imperialismus-Theorie funktioniert auch unsere Faschismus-Theorie nicht. Und auch die auf Ledien aufbauende Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus erschließt uns neue Einsichten, zu denen wir dann später ebenfalls kommen. Doch natürlich bleibt Lediens Imperialismus-Theorie gültig und korrekt. Und es ist unsere Aufgabe hier gegen Entstellungen und Verdrehungen, gegen vermeintliche, angebliche Falsifizierungen, Verbesserungen und revisionistische Gegenentwürfe aufzutreten. Wie beim gesamten wissenschaftlichen Sozialismus handelt es sich um ein Werkzeug, um die Welt zu verstehen und zu analysieren und darauf aufbauen, Schlüsse zu ziehen und Handlungen oder zumindest allenfalls Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dafür ist es jetzt also zunächst notwendig, die Kernpunkte unseres Imperialismus-Verständnisses zusammenzufassen. Das entscheidende Merkmal des Imperialismus ist die Herausbildung der Monopole oder des Monopolkapitals, weswegen der Begriff Monopolkapitalismus auch ein Synonym für Imperialismus ist. Die sozusagen klassische, frühere Form des Kapitalismus, wie sie Karl Marx und Friedrich Engels bekannt haben und Marx eben auch in den drei Bänden des Kapitals analysiert hat. Im dritten geht es dann aber schon ein bisschen in Richtung Finanzkapitalismus. Dieser klassische Kapitalismus wird als Kapitalismus der freien Konkurrenz oder kurz Konkurrenzkapitalismus bezeichnet. Anzumerken ist es auch hier, der marxistisch-ledenistische Terminus Monopol ist nicht ident mit der landläufigen Verwendung des Begriffs, womit üblicherweise eine gesetzliche oder natürliche Alleinhandelsposition beschrieben wird. Es geht vielmehr um Folgendes. Der kapitalistische Wettbewerb bringt in seiner Entwicklung Sieger und Verlierer hervor. Manche Unternehmen sind erfolgreicher als andere bei der Profitmacherei. Sie lukrieren höhere Einnahmen, halten größere Marktanteile, während andere nicht mithalten können. Sie sind weniger rentabel, gehen schlimmstenfalls im Konkurs und sperren zu. Das ist auch der Sinn der Konkurrenz. Das Ergebnis ist, dass die größeren Unternehmen immer noch größer werden. Sie ruinieren durch ihre Wettbewerbsvorteile nicht nur kleinere. Sie kaufen sie auch auf. Das heißt, es kommt zu Übernahmen und Fusionen. Und wir sprechen hier insgesamt von der Konzentration und Zentralisation der Kapitale, somit auch von einer Konzentration der Produktion. Was eine unweigerliche Erscheinung des Kapitalismus darstellt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlangten auf diese Weise einige Großunternehmen eine marktbeherrschende Stellung in bestimmten Branchen eines Landes, einer Region, schließlich auch weltweit. Und mit ihrer dominierenden Position bestimmen sie weit mehr als nur ihren unmittelbaren Bereich, sondern sie diktieren zum Beispiel auch Bedingungen für Zulieferer, für Händler. Sie diktieren die Preise und die Aufteilung der Märkte. Sie weiten in weiterer Folge ihr Tätigkeitsfeld aus, indem sie wiederum andere unter Kontrolle bringen, als andere in zunächst verwandte Branchen, aber auch im Gesamtkreislauf der Produktion und Distribution, wofür sie oft Tochtergesellschaften gründen. Diese Großunternehmen organisieren sich nach damaliger Titulierung als Syndikate oder Trusts in Aktiengesellschaften. Heute bezeichnet man die Konstrukte zumeist schlichtweg als Konzerne. An der Stelle, wo die Vormachstellung annähernd eine vollständige ist, ein entsprechender Anteil des gesellschaftlichen Gesamtkapitals kontrolliert wird und die quantitative Entwicklung in eine Änderung der Qualität umschlägt, da sprechen wir von der Herausbildung des Monopols. Und dieses lukriert nicht mehr nur normale Profite, durch die Einbehaltung des von den eigenen Lohnarbeitern produzierten Mehrwerts, sondern Monopolprofite. Dieser Monopolprofit realisiert sich zunächst aus der Ruinierung der kleinen Warenproduzenten, durch eine innerkapitalistische Umverteilung der Profitanteile zugunsten der Monopole, sowie durch die Ausplünderungen anderer Nationen. Das Monopol wird hier zum spezifischen Produktionsverhältnis und zum vorherrschenden Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis. Deswegen eben Lenin mit dessen Herausbildung auch eine neue historische Entwicklungsstufe des Kapitalismus konstatiert. Eben den Imperialismus oder Monopolkapitalismus. Und dieser ist unweigerlich auch ein Weltsystem, das alle Länder der Welt, der Erde ergreift und mit hineinzieht. Natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Lenin stellt in seiner Imperialismustheorie so dann bestimmte Merkmale und Besonderheiten dieser höchsten Stufe des Kapitalismus fest. Er benennt ihre Widersprüche und ordnet sie die historisch ein. Gehen wir zunächst diese ökonomischen Merkmale durch. Lenin führt fünf davon an, die den Imperialismus ausmachen. Das erste Merkmal ist das zentrale und das bereits dargelegte, die Herausbildung der Monopole aufgrund des Konzentrationsprozesses. Und denen eben wenige ganze Produktionsweise Zweige beherrschen und im Wirtschaftsleben überhaupt die führende Rolle spielen. Das hatten wir also schon. Zweitens stellt Lenin eine Bedeutungssteigerung der Banken fest. Eine Verschmelzung der Monopole im Industrie und im Banken wie auch Versicherungswesen zum Finanzkapital. Auf deren Basis die Herausbildung der Finanzoligarchie. Drittens bemerkt Lenin eine relative Bedeutungssteigerung des Kapitalexports gegenüber dem Warenexport. Und als viertes Merkmal betrachtet Lenin die Herausbildung internationaler Monopole und Monopolistenverbände, die die Welt unter sich in Einflusssphären und vor allem Märkte aufteilen. Und fünftens, abschließend, ist die territoriale Aufteilung der Welt unter den imperialistischen Großmächten im Wesentlichen abgeschlossen. Doch aufgrund der ungleichmäßigen ökonomischen und politischen Entwicklung im Kapitalismus befinden sich diese Mächte im Kampf um die Neuaufteilung. Diese Aufteilung und Ausplünderung der Welt geschieht heutzutage freilich nicht mehr auf dem Wege des direkten Kolonialismus und des Ahelts großer flächenreiche wie noch zu Lebenszeiten. Sondern über verschiedene Methoden der wirtschaftlichen und finanziellen Abhängigkeit, des politisch-diplomatischen Drucks, der Interventionen und im Zweifelsfall jedoch über militärische Gewalt oder aber zumindest der recht offene Androhung. Darüber hinaus attestiert Lenin dem Imperialismus die Tendenz zu Stagnation und Fäulnis. Das heißt, der Antrieb zum technischen, technologischen Fortschritt schwindet bis zu einem gewissen Grad oder dieser wird sogar von den Monopolen bewusst aufgehalten. Das mag jetzt zunächst recht seltsam klingen, denn immerhin hat das 20. Jahrhundert nach Lenin bahnbrechende Entwicklungen hervorgebracht. Darunter wahre ich nicht zuletzt den Computer, neue Kommunikationstechnologien, elektronische Medien, Raketentechnik, Kernforschung etc. Das heißt, es gab sehr wohl eine weitere und andauernde wissenschaftlich-technische Revolution. Freilich auch mit Hilfe der Sowjetunion, die ja auch einen Anteil hatte, aber man kann den kapitalistischen Anteil natürlich keineswegs wegwischen, im Gegenteil. Was Lenin aber meint ist hingegen, was der Monopolkapitalismus einerseits daraus macht, nämlich Mittel der Zerstörung, des Krieges, der Unterdrückung und der Überwachung, der Ausbeutung, der Profitmaximierung in Bereichen, wo es diese Technologie gar nicht mal gebraucht hätte. Und andererseits sehen wir in den ökonomischen Hauptbereichen des 20. Jahrhunderts durchaus keinen Fortschritt. Das prominenteste Beispiel ist euch allen klar. Die unhinterfragte Öl und damit verbundene Automobilindustrie, das Festhalten an fossilen Beinstoffen und entsprechenden Kraftwerken und alle ökologischen und Klimaprobleme, die heute und zukünftig damit verbunden sind, die verdanken wir den großen Monopolen in diesem Bereich, die aus Profitgründen keine Alternativen zugelassen haben. Sogar selbst welche kannten, aber Patente aufgekauft haben und verschwinden lassen in den Schubladen. Und auch jetzt, nicht mal jetzt, sind wir so weit, dass wir über die Alternativen sprechen können, ohne dass weiterhin ein Wirtschaftskrieg tobt oder gerade erst so richtig anfängt gegenüber Klima. Trotzdem, jetzt im 21. Jahrhundert bemühen sich zumindest manche Monopolkonzerne sehr wohl um neue grüne Technologien, unter Anführungszeichen, natürlich so weit diese neue Profite versprechen. Ein verschiedener Umgang mit dem Elektromotor durch die verschiedenen Automobilkonzerne ist da an sich eh recht viel zu handeln. Zudem thematisiert Lehnen den Parasitismus des Imperialismus. Dabei geht es bei der Ausweitung des weltweiten Kapitalverkehrs, den er bereits beattestiert hat, um den steigenden Anteil von monopolkapitalistischen Zinsdividenden und Spekulationsgewinnen in der Gesamtwirtschaft und dessen Bedeutung. Und dieser Bereich, und hierbei geht es freilich auch um eine Antwort auf die Überakkumulation von Kapital, entkoppelt sich von der industriellen Produktion oder zumindest deren realer Sphäre und weltweit werden Extraprofite lukriert, die in die Finanzoligarchie und deren Impulist für Staaten fließen. Es geht in Wirklichkeit, hintergründig, um vorweggenommene Profite, von denen unklar ist, ob es sie dann tatsächlich irgendwann real geben wird. Wenn nicht, dann platzen die Blasen, das kennen wir alle. Trotzdem, also ja, steht, das habe ich notiert, hier erhöht sich natürlich auch an die Möglichkeit der Finanz- und Währungskrisen, eh klar. Für Ihnen ist es aber wichtiger und für uns auch, welche gesellschaftliche, soziale und politische Wirkung diese ökonomischen Bedingungen hervorbringt. Denn es handelt sich auch um die Grundlage, vergriffen mit dem Monopolprofit insgesamt, um die Grundlage des Opportunismus und Sozialschauvinismus in der Arbeiterbewegung. Das Monopolkapital nützt nämlich die verfügbaren Extra- und Monopolprofite, um in den imperialistischen Zentren Teile der Arbeiterbewegung, sowie insbesondere einer Oberschicht derselben, direkt und indirekt zu bestechen. Das betrifft einerseits die Möglichkeit, den Lebensstandard der Arbeiterklasse tatsächlich zu heben. Es ist ja eine Tatsache, dass die sozialen Verhältnisse in Westeuropa, in Nordamerika und auch in Japan besser sind als im Rest der Welt. Darauf beruht dann unter anderem die Lüge der Triple-Down-Ökonomie oder was man bei uns immer sagt, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Und natürlich auch der gesamte Keynesianismus und die angebliche soziale Marktwirtschaft. Die Wahrheit ist, dass bessere soziale Bedingungen für die westeuropäische Arbeiterklasse deshalb existieren, weil die westeuropäischen Monopole die Arbeiterklasse und die Nationen Afrikas, Asiens, Lateinamerikas eben noch stärker ausbeuten und ausblübern. Und damit gelingt es auch, wesentliche Teile der Arbeiterbewegung, der Risiken nämlich, die in weiterer Folge dann die Sozialdemokratie bilden, wenn man von denen ins Zeitmaus geht, ins Boot zu holen. Ihre Spitzenfunktionäre werden mit gut dotierten Posten im Staat und auch in der Wirtschaft versorgt und auf diese Weise integriert. Als Gegenleistung nehmen diese Parteien vom Klassenkampf und vom Sozialismus Abstand. Und daher hatte das Monopolkapital mit Beginn des Ersten Weltkrieges die Sozialdemokratie tatsächlich so weit, dass sie bis auf wenige Ausnahmen den imperialistischen Krieg ihrer jeweiligen Bourgeoisie unterstützt hat, der Arbeiterklasse ruhig stellte und am Ende des Krieges und danach auch noch die sozialistische Revolution verhindert hat. Stimmt zum Beispiel in Österreich, ganz klar. Ohne Sozialdemokratie, jetzt 1980 in der Revolution gegeben. Bis heute verteidigt die Sozialdemokratie das kapitalistische System, belügt und betrügt die Arbeiterklasse und vielerorts sind sozialdemokratische Parteien Selbstträgerinnen der imperialistischen Staatspolitik und Wirtschaft, auch der imperialistischen Kriegspolitik. Drei jüngere Beispiele dazu. Es brauchte die SPÖ als Kanzlerpartei, um Österreich in das imperialistische Bündnis der EU zu führen. Es brauchte die SPD als Kanzlerpartei, um Deutschland 1999 erstmals seit 1945 wieder in einen Aggressionskrieg zu führen. Und es waren sozialdemokratische Regierungen, die nach Jahrzehnten der Neutralität Schweden und Finnland in die NATO geführt haben. Und ironischerweise, weniger Monate später, waren beide weg. Für uns ist wichtig, dass das alles ein Resultat der Herausbildung des globalen Monopolkapitalismus ist. Die Spaltung der Arbeiterbewegung, der Zweiten Internationale, auf die sich lehnen, bezieht, eben in Sozialdemokratie und Kommunistinnen und Kommunisten, hängt mit der Durchsetzung des Imperialismus zusammen. Und diese Entwicklung ist auch nicht zu Ende. Denn ehemalige kommunistische Parteien oder dem Namen auch immer noch kommunistische Parteien, vor allem aber linksbeliebige Parteien, stellen sich in den Dienst des Monopolkapitals, arrangieren sich mit der EU, absentieren sich vom Klassenkampf und vom antiimperialistischen Kampf, verzichten auf Internationalismus und Solidarität und natürlich auch auf das Ziel der revolutionären Überwindung des Kapitalismus. Und sie leben selbst von ihm und durch ihn. Und daraus folgt für uns, der Kampf gegen den Imperialismus muss verbunden sein mit dem Kampf gegen den Opportunismus, Revisionismus, Reformismus. Abschließend weist Lenin den Imperialismus seinen Platz in der Geschichte zu. Er ist nicht nur das höchste Stadium, sondern dann zwangsläufig auch sein letztes. Er ist sterbender Kapitalismus oder Übergangskapitalismus, sagt Lenin. Der Vorabend der sozialistischen Revolution. Parasitismus und Feuern ist einerseits sein repressives und aggressives Wesen, andererseits drängen nach der Lösung der Widersprüche. Gleichzeitig ist der hohe Grad an der Vergesellschaftung der Produktion unter kapitalistischen Verhältnissen natürlich. Dieser Vergesellschaftungsgrad, der tatsächlich globales Ausmaß erreicht hat, das ist natürlich eine ganz gute Voraussetzung für den Sozialismus, nämlich weltweit. Faktum ist, der Imperialismus macht den Kapitalismus auf der ganzen Erde reif für die sozialistische Revolution. Also irgendwelche Diskussionen über dieses oder jenes Land sei nicht reif oder nicht entwickelt genug, gibt es nicht. Und die Ungleichmäßigkeit der kapitalistischen Entwicklung, die Leninrechte konstatiert, die impliziert außerdem, dass diese Revolution nicht, wie Marx und Engels noch geglaubt haben, oder tendenziell angenommen haben, unbedingt in den fortgeschrittensten Industriestaaten, und zwar in zeitlicher Nähe zueinander beginnen muss, sondern dass sie eben auch in unter Anführungszeichen rückständigen und auch in einzelnen Ländern möglich ist, was sich ja auch schon im 20. Jahrhundert bewahrheitet hat. Die erweiterten Ansatzpunkte hierfür sind die wichtigsten Widersprüche und Gegensätze des Imperialismus. Drei möchte ich hervorheben. Zunächst natürlich der Grundwiderspruch des Kapitalismus zwischen Kapital und Arbeit, zugespitzt durch den Drang nach Monopolprofiten und ergänzt durch den Gegensatz breitester Gesellschaftsschichten zum Monopolkapital. Zweitens der Gegensatz zwischen den imperialistischen Großmächten und den tendenziell abhängigeren und zumindest schwächeren Ländern, obwohl die auch Abhängigkeiten schaffen können in der anderen Richtung, die aber von den Großmächten im Wesentlichen ausgebeutet und mitunter unterdrückt werden. Und drittens der Gegensatz eben zwischen den Hauptmächten, die zwischenimperialistische Konkurrenz, die imperialistischen Staaten bzw. die imperialistischen Bündnisse, die kämpfen unter und gegeneinander, wie ihr wisst, um Rohstoffe, Transportrouten, geopolitische Positionen, Einflusssphären, Marktsphären, Investitionsmöglichkeiten, billige Arbeitskräfte, das ist eher neu gegenüber Lebenszeiten, und am Ende schlichtweg um die imperialistische Hegemonialposition, die momentan noch die USA in der Hand. Und in jeder dieser drei Hinsichten, vor allem aber natürlich beim Konkurrenzkampf um die Beute, sind es Macht und Gewalt, die entscheidend sind. Daher ist der Imperialismus auch unweigerlich mit dem Militarismus verbunden. Daher hat er sich als besondere Herrschaftsform den Faschismus geschaffen und daher ist er an sich nicht Friedensweg. Lenin geht so weit, dass er Friedenszeiten lediglich als Atempausen zwischen den Kriegen bezeichnet. Die Grundlage hierfür ist wiederum das Gesetz über den ungleichmäßigen Entwicklungen im Kapitalismus. Große imperialistische Mächte geraten in eine negative ökonomische Entwicklung. Kleinere oder neue imperialistische Mächte holen auf und befinden sich in einer Aufwärts-Tendenz. Die imperialistische Pyramide, die man als Modell verwenden kann und in der jedes Land seinen Platz im Weltsystem hat, die ist eben nicht statisch, sondern ihre Steine sind beweglich und dynamisch. Und somit kann ein gegebener Status quo zu einem faktischen Ungleichgewicht führen. Die einen wollen diesen Status mit allen Mitteln aufrechterhalten und die anderen wollen eine Neuordnung und eine Neuaufteilung der Welt. Und an einem Punkt wird der Krieg zur Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wie es Lenin bei Klausewitz entlehnt hat. Dass Deutschland zum Beispiel den Ersten Weltkrieg begonnen beziehungsweise Österreich dazu angestiftet hat, erklärt sich daraus, dass das aufstrebende, aufholende deutsche Monopolkapital einen größeren Anteil an der Beute wollte. Den Platz an der Sonne, wie Sie damals gesagt haben. Was logischerweise nur auf Kosten Großbritanniens und Frankreichs möglich war. Die ihrerseits aber natürlich ihre Position erhalten wollen. Ebenso passierte der spätere Kriegseintritt der USA darauf, dass diese ebenfalls in die erste Reihe aufsteigen wollten. Und nicht anders war es dann beim Zweiten Weltkrieg. Wobei mit Japan dann eine weitere neue imperialistische Großmacht umfassend auf den Plan getreten ist, während andere, namentlich Österreich und Russland, aus sehr unterschiedlichen Gründen keine imperialistische Rolle mehr gespielt haben. Das bedeutet, die ungleichmäßige Entwicklung führt früher oder später zwingend zu Auseinandersetzungen und Kriegen zwischen den imperialistischen Staaten und ihren Bündnissen oder auch zum Zerfall von Bündnissen. Und dies schafft wiederum neue Verhältnisse, die wiederum Ausgangspunkt für die folgenden Entwicklungen sind. Auch der Weg gegenwärtiger Krieg um die Ukraine ist Ausdruck des Kampfes um die imperialistische Vorherrschaft. Zwischen dem US-NATO-EU-Block, der keineswegs völlig homogen ist, das wollen wir auch nicht glauben, zwischen diesem Block einerseits und der russischen Föderation und ihren Verbündeten andererseits, wobei natürlich vor allem China als eigentlicher Herausforderer der USA zu nennen ist. Und daneben gibt es eine ganze Reihe aufstrebender imperialistischer Mächte, die sich aus ihrer regionalen Bedeutung heraus zu globalen Plänen entwickeln. und die sich erst klar positionieren werden. Darunter zum Beispiel Indien, Brasilien oder arabische Länder. Wichtig ist dabei noch die sogenannte multipolare Weltordnung, die sich hierbei vorübergehend oder scheinbar ergibt. ist nicht eine Friedensgarantie, wie revisionistische und reformistische Kräfte heute gerne behaupten. Es handelt sich vielmehr eigentlich um das Gegenteil. Nämlich um die Sichtbarwerdung des Ungleichgewichtes, um die Sichtbarwerdung der nötigen Neuaufteilung der Welt und somit die steigende Gefahr eines großen imperialistischen Krieges. Das ist es, was eine multipolare Ordnung anzeigt. Besser wird es also sein, wenn die sozialistische Revolution dem Imperialismus insgesamt ein Ende setzt, bevor die verschiedenen imperialistischen Bündnisse, die noch dazu über ziemlich viele Atomwaffen verfügen, die Welt in Schutt und Asche liegen. Denn wenn der Homo Sapiens als Spezies ohne dies nicht mehr auf dem Planeten überleben kann, dann ist natürlich die Frage der Gesellschaftsformation auch infällig. Soweit möge es nicht kommen. So viel einmal zum Thema Imperialismus. Es gibt jetzt noch eine Erweiterung zur Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, was ich aber versprochenermaßen nicht übermäßig in die Länge ziehen werde. Für den staatsmonopolistischen Kapitalismus gibt es zwei Abkürzungen, nämlich SMK oder Stamokap, wobei wir als Kommunistinnen und Kommunisten eher SMK verwenden und den Stamokap der Sozialdemokratie überlassen. Wesentlich ist zunächst, diese SMK-Theorie baut direkt auf Neditz-Imperialismus-Theorie auf. Sie ersetzt sie aber natürlich nicht, sondern vertieft sie lediglich in manchen Aspekten oder Facetten. Es war Lenin selbst, der anhand des Ersten Weltkrieges von einer Umwandlung des Monopolkapitalismus in einen staatsmonopolistischen Kapitalismus sprach. Der also den Terminus selbst einführte, aber erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden so dann umfassende, substanzielle Inhalte erarbeitet. Zunächst vor allem von sowjetischen Wissenschaftlern, später nicht zuletzt in der DDR, aber auch durchaus in der damals noch marxistisch-leninistischen Kapöhe. Die zentrale Aussage der SMK-Theorie verweist auf eine zunehmend organische Verschmelzung von ökonomischer Monopolmacht und politischer Staatsmacht. Oder, wie es zum Beispiel Stalin für passend erhielt, auf eine vollständige Unterordnung der Staatsmacht unter das Monopolkapital. Es gelingt den Monopolen im bürgerlichen Staat vom ideellen Gesamtkapitalisten, von dem schon Friedrich Engels sprach, in einen vermehrt praktischen zu verwandeln. Zu einem einzigen Herrschaftsinstrument der Finanzoligarchie. Der Imperialismus findet also seine volle Entfaltung in seiner Endphase. Zum einen ist zu beobachten, dass es vermehrt staatliche Eingriffe in das kapitalistische System gibt. Über die Steuerpolitik, über Subventionen, Investitionen, Verteilungs- und Transferpolitik, aber auch mittels Nachfragepolitik oder mittels Forcierung der Produktivkraftentwicklung im kostenintensiven Bereich. Das Motto ist immer Gewinne privatisieren, Kosten und Verluste der Gesellschaften, das heißt für das staatliche. Das bedeutet auch, dass in besonders teuren Investitionsbereichen oder vorübergehend defizitären Branchen, Unternehmen direkt in staatliches Eigentum verwandelt werden können. Zweierlei wird damit verfolgt. Zum einen geht es um optimierte politische und gesetzliche Bedingungen für das Monopolkapital. Gleichzeitig aber auch um eine Beruhigstellung der Arbeiterklasse. Letzteres kann zum Beispiel mit Institutionen wie der Sozialpartnerschaft erreicht werden. Die, so hat es die marxistisch-dennistische KPU in den 70er, 80er Jahren noch gesehen, dies sogar zum spezifischen Herrschaftsmechanismus des SNK in Österreich wurde. Das müsste aber heute wohl ein bisschen anders sein. Die Bedeutung ist geringer geworden. Das Gegenstück und natürlich die Vorbedingungen zur politischen Einflussnahme in der Wirtschaft bildet der Einfluss des Monopolkapitals auf die Politik. Diese Einflussnahme erfolgt über Verbandslobbys, wie zum Beispiel die Industrienvereinigung, über den wechselseitigen Personalaustausch zwischen politischen Parteien und den Vorständen und Aufsichtsräten der Konzerne. Und eine jüngere Erscheinung sind sogenannte Beratungsunternehmen, die Ex-Politiker gerne gründen und diese dann auf recht undurchsichtiger Weise wirksam werden. Es versteht sich von selbst, dass dieses System per se zutiefst von Korruption geprägt ist, das sehen wir in Österreich besonders gut, wobei man keineswegs alles davon auch formell illegal sein muss. Man denke zum Beispiel an die Wahlkampffinanzierung in den USA, wo völlig logisch ist, dass da am Ende nichts anderes als eine elitäre Plutokratie rauskommen kann. Was denn sonst? Die vollständige Durchsetzung des SMK in Österreich erfolgte, wie auch in Deutschland, übrigens durch den NS-Faschismus. Dieser stellte das bis dahin umfassendste und ein sehr direktes SMK oder monopolkapitalistisches Herrschaftssystem dar. Und es ist nicht frei von Ironie, dass in der Zweiten Österreichischen Republik die Verstaatlich der Industrie und der gesamte kreisgische Keynesianismus dann genau darauf aufbauen konnte. Seit der erfolgreichen Kontrarevolution in der UNSSR und in Osteuropa wurden diese Strukturen wieder zugunsten einer imperialistischen Neueinfaltung abgebaut. Privatisierung und dergleichen. Das bedeutet aber nicht, dass die staatliche Einflussnahme aufgegeben wurde, sondern nur, dass sie eine andere zweckmäßigere Form annimmt. Man sieht daran, dass der SMK-Staat eine gewisse Bandbreite annehmen kann von der faschistischen Diktatur bis hin zum sozial-liberalen Wohlfahrtsstaat und alles, was da gewissermaßen dazwischen ist. Aber der eigentliche Wesensinhalt, der bleibt natürlich der gleiche. Wir haben also im SMK es mit einer wirklich umfassenden Machtabsicherung des Monopolkapitals im modernen bürgerlichen Staat zu tun. Die Profite stehen nicht in Frage, die politische Herrschaft ist zementiert und alles, was irgendwie Protest ist, ist auch in die vorkanalisierten Richtungen abzuleiten. Funktioniert für uns bedeutet das, dass wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, mit welch starken, gut organisierten und institutionalisierten Gegner wir es zu tun haben. Das österreichische Monopolkapital ist ein Gegner, die man weder mit einer Stürmung des Wiener Parlamentsgebäudes noch mit einer Guerillatruppe im Tiroler Kaisergebirge stürzen wird können. Daher geht es um die SMK-Theorie im Bereich der Strategie von zweierlei aus. Nämlich einerseits von längeren Phasen eines Stellungskrieges im Klassenkampf, in dem man erst aus der Defensive, in der man sich befindet seit einiger Zeit, in die Offensive kommen muss. Andererseits von der Notwendigkeit gesellschaftlicher Bündnisse, sogenannte antimonopolistische Bündnisse mit nichtmonopolistischen Volksschichten und dass man sich diese im Kampf um den Sozialismus nutzbar machen muss. Was es in weiterer Folge bedeutet, das scheint sich mit unter die Geister, aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen. So, soviel einstweilen zu den Kernaussagen der S&K-Theorie. Jetzt wirklich ganz am Schluss noch ein paar Bemerkungen zur Verwendung des Stamokap in der Sozialdemokratie, weil das ja im Zuge der Wahl Andreas Bablers zum neuen SPÖ-Vorsitzenden medial ein Thema war. Und weil ich selbst daran nicht ganz unschuldig bin. In sozialdemokratischen Jugendverbänden bildeten sich in der Vergangenheit sogenannte Stamokap Strömungen oder Fraktionen heraus. Zunächst in den 1970er Jahren in der BRD bei den Jusos, in den 80er Jahren dann auch in der österreichischen S&J rund um die Buchinger Brüder oder in den späten 1990er Jahren bis ins neue Jahrtausend hinein. gab es in der SE auch ein gewisses Survival eben rund um Babler als Organisator oder auch ein bisschen als Rampensau im positiven Sinn und über einen gewissen Tiborzenker als Cheftheoretiker. Und diese SE Stamokap hatte in ihrer Hochzeit sicher um die hat keine formelle Wirtschaft gegeben aber sicher so um die 150 Mitglieder auf jeden Fall Sympathisanten in der SE wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Es hat sogar eine Diplomarbeit gegeben die untersucht hat ob nicht insgeheim die SE Stamokap in der SE eine Mehrheit hat. Die Diplomarbeit sagt nein. Ebenfalls war das jetzt nicht nichts, vor allem in einer Zeit, wo die Kärle Stamokap man eben marxistisch leninistische Theorie und Sätze in die Sozialdemokratie bringen will, dort verankern und mehrheitsfähig machen. Gut, mag ich das je noch angehen. Insgesamt betrachtet ist es natürlich ein haarsträubender strategischer Umständen. Denn die SPÖ ist ja die soziale Hauptstütze des SMK in Österreich und sicher kein Mittel zu dessen revolutionären Sturz. Natürlich hätten diese 150 Jugendlichen, von denen ich da rund um die SPÖ Stamokap besprochen habe, in eine kommunistische Jugendorganisation gehört. Oder allenfalls hätte man im Sinne eine Einheitsfront von unten agieren können. Es war klar, dass diese Strömung keinen Übergang von der Jugendorganisation in die Partei schaffen könnte und daraus musste man eben seine Schlüsse ziehen. Die einen haben sich daher nach der Jugend kommunistischen Organisation angeschlossen, zum Beispiel ich und ein paar andere vorübergehend auch, und die anderen, die weiter in der SPÖ tätig sein wollten, mussten sich anpassen. Und das ist die Babler-Variante. Es gab in der SPÖ vermutlich noch nie einen Vorsitzenden, der so gut im Marxismus und Leninismus geschult war, wie es Babler ist, aber natürlich hat er das vollständig zugunsten eines innerkapitalistischen Sozialreformismus abgelegt. Babler war ein Marxist und auch ein Minimist, aber heute ist er natürlich kein Marxist mehr, sondern ein zwar traditioneller, aber normaler Sozialdemokrat. Das heißt, nicht die radikalisierten Sjeler verändern die Partei, wie sie seit Generationen glauben, Sondern umgekehrt. Die Partei hat noch jeden unter Kontrolle gebracht oder ausgespuckt. Und insbesondere die Stammkampfströmung war, wie es je natürlich generell ist, nur ein linkes Feigenblatt für die Sozialdemokratie, das letztlich als ein Instrument des Antikommunismus wirken soll. DBM-Jugendliche mit Illusionen davon abgehalten werden, sich wirklich sozialistisch-kommunistisch zu organisieren. Und das funktioniert bis heute und Babler kann sogar darauf aufbauen. Aber genug davon, dass nur am Rande einerseits zu meiner persönlichen Verantwortung andererseits um zum Schluss auch noch anzudeuten, welche Rolle etwa die KJÖ für die KPÖ in analoger Form spielen könnte. Denn eines ist klar, hier haben wir die Duplizität der historischen Ereignisse, die sich wiederholen. Wie Karl Marx sagte, einmal die Tragödie, das ist die Sozialdemokratie, und einmal als Farx, das ist die KPÖ. Beide Parteien sind, wenngleich auf unterschiedlicher Weise, dem System angepasste und eingepasste Parteien. Für eine tatsächliche revolutionäre und antiimperialistische Bewegung, die auf dem Wege des Klassenkampfes Kapitalismus und Imperialismus stürzen und die sozialistische Herrschaft der Arbeiterklasse errichten will, sind beide Parteien objektiv Hindernisse, denn sie sind antikommunistisch. Soll der Imperialismus wirklich der Vorart der sozialistischen Revolution sein, wie Lenin es formulierte, so braucht es weltweit andere Parteien, nämlich marxistisch-leninistische Kampfparteien der Arbeiterklasse, bolschewistische Parteien, leninsche Parteien. Eine solche Partei bauen wir und nur wir in Österreich in internationaler internationalistischer Zusammenarbeit mit unseren Genossinnen und Genossen in Europa und auf der ganzen Welt. Nur so wird es gelingen, den Imperialismus als Weltsystem zu besiegen. Ja, soviel von mir, ich danke für die Aufmerksamkeit und wir können dann in eine Diskussion gehen.